So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Diamantners Lock. Wir haben hier letztes Mal mit einem Kampffahnder angefangen und ich glaube damit machen wir mal weiter. Ich habe ein paar Bären gepflanzt, mal wieder. Bloß ein paar Bären habe ich halt einfach nicht gefunden. Die sind glaube ich hinter dem Wasser. Ist richtig toll, da komme ich nämlich nicht dran. Ah, die wollen also. Du auch? Wollte der auch? Ich weiß es gerade nicht. Die soll ich morgen joggen? Ist schon. Ne, gehe ich nicht. Wenn ich zusammen mit Ina kämpfe, sollten wir eigentlich nicht verlieren. Eigentlich. Eigentlich ist eine schöne Formulierung. Oh Gott, das war der Kampf mit Lunastein. Ich weiß noch, die waren unheimlich gefährlich. Ich weiß aber nicht mehr welchen Typ sie hatten. Aber ich glaube, das Lunastein wirkte erstmal nicht so gefährlich, aber man musste es sofort aufhalten. Kann auch sein, dass wir jetzt andere Typen einsetzen und deswegen das überhaupt nicht mehr gefährlich ist. Aber ich habe es so im Hinterkopf. Ach ne, das war glaube ich ein Pflanz... War das ein Pflanzentyp? Ne, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Okay, also das scheint ein Pflanzentyp gewesen zu sein. Oder Flugtyp. Das ist halt, wenn man längere Zeit nicht den gleichen Kampf gemacht hat und die Typen nicht mehr geht... Du warst ein Pflanzentyp. Du Dreckseid. Du Dreckseid. Du blödes Lunastein. Aber die Aquawelle überlebt das, finde ich. Also von daher, auch wenn es Chris echt Probleme gemacht hat, keine Chance. Ja, der Freund kriegt hier die dicke Erfahrung. Nein! Doch! Ah! So. Ich möchte auch mal gucken, wie viel Chris eigentlich noch braucht. Oh Gott, der braucht auch noch so viel. Weil Chris ist ja auch schon fast Level 30. Also ich meine, er ist 28. Das ist fast Level 30, guck schon. So kolant sind wir. Dann nochmal zurück ins Pokémon Center. Könnte ich bei der Gelegenheit auch kurz mal hier umschalten. Ah, ganz genau. Dann gucken wir nämlich mal, wie es den beiden geht. 22 und 23. Das sind schöne Level. Ich meine, wenn die noch so weitermachen, dann überholen die uns. Ich muss gerade beim Auge kratzen, das juckt irgendwie. Ich bin wahrscheinlich einfach zu früh aufgestanden heute Morgen. Uni und so. Aber jetzt habe ich ein bisschen Freizeit. Jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Damit ihr hier auch mit Parts wieder versorgt werdet und die Ausfälle immer aufhören. Ist ja grauenhaft. Wenn ihr permanent irgendwo ein Part ausfällt. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. So. Will das Pikachu wieder kämpfen? Das hat doch ordentlich viele Pokémon. Können wir das vielleicht nochmal... Was? Die wollen schon wieder? Das letzte Mal hast du uns auseinandergenommen. Diesmal nicht. Ja, die wollen einfach nochmal. Die hatten bei einmal nicht genug. Bin mal gespannt, ob die jetzt schon wieder Level up sind. Müssten sie ja eigentlich. Ne, sie sind immer noch Level 19. Ja, war jetzt auch sehr, sehr clever von mir, dass ich Chris nicht ausgetauscht habe. Dann setze ich das mal auf Schilterus ein und benutze jetzt mal den Eiszahn bei Lunastein. Dann haben wir nämlich das Vieh schon mal tot. Lassen wir uns darum keine Sorgen mehr machen. Und auf was ist ein Eis noch effektiv? Auf Flug. Okay, gut. Dann ist jetzt immer noch selbe Konstellation, aber vielleicht reicht ja... Die Werte sind ja glaube ich nicht ganz so extrem hoch. Der Drachenpuls, um das Vieh zu zerlegen. Ich will's hoffen. Ja, reicht. Ich hab das gerade gehört. Das klang wie ein Ding. Woher kam das? Das hab ich mir nie eingebildet, oder? Das müsste im System Sound sein. Oder es war aus meiner Nachbarwohnung und es war extrem laut, sodass ich's nur leise gehörte. Sehr kurios. Soll ich hier bei Chris bleiben? Ich bleib bei Chris. Komm. Hallo, ich bin ein Pokémon. Das weißt du zwar schon, aber wir kämpfen jetzt noch einmal. Ah, gut. Wie du möchtest. Ich mein, für uns ist das alles Training. Was, Jorup? Hatte die Sieglinde nicht mal mehr? Ich hab irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass die Sieglinde ein paar Pokémon hatte. Ja gut, hab ich mir wohl eingebildet. Dann mach ich jetzt das Jorup von der Sieglinde platt. Und dann gehen wir weiter. So, das war's, die Glinde. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich bin so wütend. Echt? Ich nicht. Ich überlege gerade, wenn ich Dieter links nochmal die Mädels herausfordern kann. Die Batterie ist noch nicht genügend aufgeladen. Ah. Ich muss noch 87 Schritte machen, damit ich hier wieder aufgeladen ist, oder was? Hier, red mal mit mir. Ich bin, als ich neulich joggen war, hab mich ja wildes Pokémon jagt. Ich sagte, ich hatte solche Angst, dass ich meine bisherige Westzeit weit überworten habe. Okay. Ja, so geht's natürlich auch. Sich einfach jagen lassen. Kann ich mit dir nochmal kämpfen? Ich hoffe, mein Vater sieht mich hier nicht beim Faulhands. Nee, wird er bestimmt nicht. Ist aber doof, dass ich den blöden Kampffahren da jetzt erst wieder aufladen muss. Aber dann kann ich in der Zeit auch mal unsere AP ein bisschen wieder auffüllen. Ich mach das jetzt bis hier mit Beschleunigen, weil das Spiel ist lang genug und wir wollen dir hier nicht so viel Zeit verschwenden. Ich könnte ja den Jogger hier oben eigentlich kurz platt machen. Du willst nicht mit mir kämpfen. Willst du mich rollen? Solange es eine Straße gibt, werden wir weiter hin. Wie sieht's denn mit euch beiden hier aus? Ho, ho, ho. Ihr zeigt sich schon, wie wir gotonisch zusammenarbeiten. Wenn mein Pokémon bei mir ist, kann ich sogar ein bisschen faul hänzen. Ja, die haben nicht den typischen Dialekt. Ihr habt auch gar nichts dazu gesagt. Euch interessiert das gar nicht. Die Mädel und Papa, Doro und Max. Okay, die sehen tatsächlich gefährlich aus. Wart, das Download. Ja, das vierten Download. Habe ich jetzt gerade nicht aktiv. Ich seh erstmal zu, dass ich verfehle. Was haltet ihr davon? Schlagbefehl... Ist das für ein Käfer? Okay, ich muss sagen, vor Käfern habe ich relativ wenig Angst. Ist einfach so. Ich weiß auch nicht, warum. Käfer sind eigentlich saubrutal. Und ein Geist. Okay, Käfer und ein Geist, damit kann ich leben. Also sie können brutal sein. Aber in den meisten Fällen sind halt die Werte bei Käfern nicht ganz so hoch. Was ja hier nicht unbedingt der Fall ist. Aber mit der Hydro-Pumpe kriege ich ja eigentlich so ziemlich alles tot. Von daher sollte das nicht die Schwierigkeit sein. Ja, das ist ein bisschen was, was es überlebt hat. Ja, der nächste Schlagbefehl. Das macht Chris jetzt nicht so... Volltreffer. Ja, moin. Chris ist halb tot. Die Viecher sind schon ein bisschen brutal, kann das sein? Und wir verlieren natürlich die AP. BCF erhält Erfahrungspunkte, Freund erhält Erfahrungspunkte... Äh, ne. Chris, du tauchst mal grad gegen Luki aus. Und, äh, du tauchst ab. Ich hoffe, die Flinkklaube wirkt, dass wir hier direkt untertauchen können. Ach, oder es verfehlt. Das ist auch okay. So, du Mistvieh. Jetzt gibt's hier Feuer. Ne, jetzt gibt's erstmal Taucher. Erst die Wasserattacke und falls es überlebt, dann die Feuer. Oh, komm. Das war's. Ich hab immer so Angst, wenn die so extrem viel Schaden bei Chris machen. Ja, Chris kriegt aber dafür gute Erfahrungspunkte. Also verhältnismäßig. Freund kriegt natürlich viel, viel mehr. Aber Freund braucht auch nicht mehr so viele. Selbst unsere vereinten Kräfte konnten dich nicht besiegen. Ja, nein. Ja, doch. Aber ich geh jetzt wieder ins Pokémon Center. Ihr seid mir zu gefährlich. Ihr haut mich bloß. 23 und 24 sind die, wie ich sage, Buddy holt uns hier echt ein. Am Ende ist der Level 30 und wir haben immer noch nie alle fertig. Aber jetzt heilen ist, heilen ist wichtig. Ich möchte Chris nicht verlieren. So, wie sieht's denn inzwischen aus mit den Erfahrungspunkten für Freund? Das ist ein Trainerkampf. Wenn wir einen richtigen Trainerkampf kriegen, dann ist die Sache geklärt. So, wie sieht's denn jetzt hier mit dem Kampffahren da aus? Ist er wieder aufgeladen? Ich krieg den Dialekt heute nicht hin. Wieder mal auf einen Besuch da. Ist die mich tiefe Stimme hat sie bekommen. Welche Pokémon hast du diesmal dabei? Ich krieg das heute nicht auf die... Warum krieg ich das heute nicht auf die Reihe? Ich krieg den Dialekt nicht auf die Reihe. Diesen Akzent. Muss ich mal auf Screen üben? Das wieder hinzukriegen. Das ist ja furchtbar. Warum krieg ich heute nicht so einen Texaner? Ich bin ein Ballooner. Nee, also... Ja, wie geht's? Okay, mein Freund. Ja, so ungefähr muss das aussehen. Oder es anhören. Aber dann muss ich noch ein bisschen üben. Jetzt muss aber die Hydropumpe hier sitzen. Pust dir das Vieh weg. Komischer Billigan. Ganz im Ernst ist Level 14. Als ob das irgendwas überstehen würde. Stolrak war... Weiß ich nicht mehr. Ich hab das echt nicht mehr im Kopf, was die einzelnen für Typen waren. Aber ich denke mal, mit der Hydropuppe kriegen wir eh alles klein. Vielleicht haben wir ja Glück und es war Feuer. Dann ist eh tot. Es war zumindest irgendwas auf das Wasser sehr effektiv. Also es war vielleicht wirklich Feuer. Werde es, glaube ich, nie erfahren. Allerdings fällt mir auch gerade nichts ein, auf was Wasser noch effektiv ist. Außer auf Feuer. Nee, fällt mir gerade ernsthaft nicht ein. Gewaldroh weiß ich auch nicht mehr. Auch drauf. Verdammt, sonst gehen die AP aus. Oh, fällt... Also stimmt, Gestein. Natürlich. Danke, dass du mich daran erinnern möchtest, Gewaldroh. Danke, Gewaldroh, dass du mich daran erinnert hast, dass ich austauschen wollte. Freund ist doch so eine Eisenverteidigung. So soll sich Freund jetzt drum kümmern. Der muss sich wieder aufladen. Du kannst mich mal. Antikraft, ja hier. Zeig ihm gerade den Vogel. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, weil ich keine Facecam habe. Aber ich habe ihm den Vogel gezeigt. Warum haben die eigentlich alle was gegen Chris? Ja, und Freund verfehlt noch. Was ist bei dir eigentlich... Gewaldroh, was ist bei dir eigentlich nicht richtig? Wurde du während deiner Kindheit gemobbt oder so? Ja, muss ja. Oh. Jetzt, wo ich den kenne, würde ich es auch tun. Ich benutze Megasarger, auch wenn es nicht so viel Schaden macht. Es ist halt sehr effektiv. Und wir müssen HP regenerieren. Sonst haut uns das Vieh mit dem Felswerfer um. Das bringt gar nichts. Ich baue irgendein Pokémon, das sehr effektiv ist. Und da fällt mir eigentlich nur Nebel ein. Nebel hat auch eine anständige Verteidigung. Ja, es schläft tief und fest. Das ist gut. Wenn ich jetzt die Schocksamen hinkriege, ist es weg. Gewaldrohr aus der Hölle, Leute. Löscht dir unser Team-Hype aus. Aber ein HP bei Chris. Ich habe schon gedacht, jetzt... Jetzt vorbei. Mir ist das Herz bis zum Hals hochgeschlagen. Aber wenn wir einen Freund haben, jetzt... Das hört auch nicht auf, ne? Das hört niemals auf. Und auch ein Stein-Hagel. Sag mal, hat die nur Gesteintypen dabei, oder was? Ne, ja... Ich bin ja sehr froh, dass Chris hier regelmäßig Supertrinke findet. Die kommen jetzt nämlich gleich zum Einsatz. Bitte sterb einfach. Danke. Danke. Vielen Dank, dass du gestorben bist. Ich glaube, gegen die kämpfe ich nicht mehr. Die ist mir ein bisschen zu... Zu gefährlich. Ja, zum Schluss noch ein Relikant. Ich weiß auch nicht mehr, welchen Typ Relikant hatte. Aber ich glaube, Nebel war effektiv. Aber ich bin mir nicht sicher. Und jetzt kommt erstmal Supertrinke. Da oben. Chris findet ja eh genug von denen. Da kann ich jetzt auch mal einen benutzen. Gut, dass Chris nicht... Aber wenn Chris gestorben ist, dann wäre das mit den Superträcken wieder was anderes. Aber dann wäre es eh was anderes, weil Chris wäre tot. Fassade. War das ein Normaltyp? Okay, wenn es ein Normaltyp war, dann ist ja auch egal, was für ein Pokémon ich einsetze. Normal Wasser? Okay, wenn es Wasser war, dann war meine Intuition doch richtig, dass ich mit Nebeln eine Chance habe. Werden wir gleich sehen, ob es sehr effektiv ist oder nicht. Ja, das war sehr effektiv. Sehr schön. Na gut, bei Level 15 hätte es nicht unbedingt sehr effektiv sein müssen, aber es war sehr effektiv. Es scheint extravagante Leute wie Duruharbon auch ein extraarroganter Pokémon. Ja, jetzt bin ich später so ein bisschen drin. Hey, Freund entwickelt sich. Endlich. Nachdem er jetzt fast ins Gras gebissen hat, kann er sich jetzt auch entwickeln. Oder sie. Ja, sie ist. Glückwunsch, dein Freund wurde zu einem Teddoxer. Liebe anwesende Damen, das wollt ihr niemals hören. Glückwunsch. Weiß ich nicht. Wie heißt ihr denn? Glückwunsch, Christine. Dein Freund wurde zu einem Teddoxer. Was? Pflanze ist ja immer noch nur Feuchtigkeit verhindert, Selbstzerstörung der Kämpfenden. Okay. Äh, wie sieht es von den Werten aus? Angriff. Angriff ist unheimlich hoch. Wir haben keinen einzigen... Wir haben keinen physischen Angriff. Ich muss dem Viehmann physischen Angriff verpassen. Haben wir jetzt so fällig eine passende Pflanzen... Wofür steht denn das... Er erhöht den. Das N ist natürlich nach links gerückt. Nachspiel, Monshine, Bodycheck. Ja, wir bringen Bodycheck bei. Die Chinesen... Das hat aber auch keine tollen Attacken. Ich könnte ihm Stärke beibringen. Ich meine, Stärke ist jetzt nicht so schlimm. Hat, glaube ich, eine Stärke von 60. Aber Freund ist natürlich der Einzige, der es nicht lernen kann. Nee, mit euch will ich mich nicht anlegen. Ich bin so schon halb tot. Nee, Leute. Ihr lasst mir jetzt erstmal einen Kommentar da. Da würde ich mich nämlich tierisch drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss. Und tatsächlich bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Pokémon Diamant. Die Nasslock hoffentlich ohne Tote. Und ich muss dran denken, den EP-Zeiler von Freund abzunehmen. Also, bis dann. Na komm, euer Wolf.